Stahl, Elektronikkomponenten, Solarmodule. Seit Jahrzehnten produzieren chinesische Unternehmen mehr Güter als nachgefragt werden und drücken dadurch weltweit die Preise. Die lange Phase niedriger Inflation seit Beginn der 2000er und die steigende Kaufkraft in Europa waren immer auch den niedrigen Produktionskosten in China zu verdanken. Doch jetzt wird die Überproduktion in China zum Problem. Für immer mehr Industrien. Solar, E-Autos, Wärmepumpen. Wie die China-Blase Europas Industrie bedroht. Und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin-News. Das renommierte Wall Street Journal brachte es zuletzt in recht einfachen Worten auf den Punkt. China produziert zu viel und das beginnt anderen Ländern jetzt ernsthaft Sorge zu bereiten. Auch wenn die chinesische Billigproduktion seit vielen Jahren immer wieder für Turbulenzen sorgte, etwa als in den 2000ern die Solarindustrie, die Deutschland entwickelte, gänzlich nach China zog, noch nie haben sich so viele Branchen zugleich über chinesische Dumping-Praktiken beklagt. Das hat einen Grund. China steckt in einer Wirtschaftskrise. Auch wenn die offiziellen Zahlen für 2023 ein Wirtschaftswachstum von rund 5% ausweisen, tatsächlich dürfte die Wirtschaft in China im Vorjahr nur um rund 1,5 bis 3% gewachsen sein, wie Ökonomen aus einer Vielzahl von Indikatoren errechnen. Doch selbst die offiziellen 5% sind zu wenig für ein Schwellenland, dessen Bruttoinlandsprodukt deutlich hinter jenen der ärmsten Länder Bulgarien und Rumänien in Europa liegen. Ursache für die chinesische Wirtschaftsmisere ist, dass das Geschäftsmodell der chinesischen Volkswirtschaft, das in den vergangenen 15 Jahren für massives Wachstum gesorgt hat, mit dem Platzen der Immobilienblase sein Ende erreicht hat. China sucht nach einem neuen Wachstumspfad und der dürfte, so die Befürchtungen, im noch stärkeren Export von geförderten Waren liegen. Es waren die besten Zeiten des Immobilienkonzerns Evergrande. Hunderte Projekte wie dieses hatte das Unternehmen 2015 in der Pipeline. Eine ganze neue Future City sollte neben Fuding, dem kleinen Provinzstädtchen mit 200.000 EinwohnerInnen im Südwesten Chinas entstehen. Doch die Zeiten, in denen das einfache Volk die Schauräume von Evergrande gestürmt hat, um tausende Euro Anzahlung und hohe Immobilienkredite für Projekte, die erst in vielen Jahren finalisiert werden würden, zu erwerben, sind vorbei. Mit dem Kollaps von Evergrande und einem Schuldenberg, der mit 330 Milliarden Euro größer ist als das Bruttosozialprodukt von Portugal, ist das derzeitige Geschäftsmodell Chinas gescheitert. Es basierte auf der Ankurbelung der lokalen Nachfrage. Mit einem gigantischen Fiskalprogramm, das Chinas Regierung nach der globalen Finanzkrise 2008 aufgelegt hat, um den Einbruch der Exporte entgegenzuwirken, hat man einen gigantischen Bauboom ausgelöst. Doch die Folge des zentral verordneten Baubooms sind riesige Geisterstädte von Projekten, die niemals fertiggestellt wurden. Und hunderttausenden Menschen, die mit ihrem Ersparten Projekte finanziert haben, die sich als unrealistisch herausstellten. Eine der größten globalen wirtschaftlichen Fehlentwicklungen des letzten Jahrzehnts? Nun sucht die chinesische Stadtführung nach Wachstumsfeldern außerhalb des Immobiliensektors und hat die Industrieproduktion wiederentdeckt. Diese Kurven bereiten ÖkonomInnen in Europa und in den USA derzeit Kopfzerbrechen. Sie zeigen die massive Neuverschuldung, die staatliche Banken in den letzten vier Jahren dem verarbeitenden Gewerbe in China gewährt haben. Im dritten Quartal 2023 haben chinesische Banken im Vergleich zusätzliche Kredite in Höhe von fast 700 Milliarden Dollar, zumeist zu Zinssätzen weit unter dem Marktniveau, in die Industrie gepumpt. Vor allem im Greentech-Bereich. Kombiniert mit direkten Finanzhilfen, Steuererleichterungen und Gewährung von billigem Bauland sind die Subventionen ein Vielfaches dessen, was unter dem Titel Green Deal oder dem Inflation Reduction Act in den USA für die Förderung von grünen Technologien ausgegeben wird. Denn Greentech soll jetzt nach dem Platzen der Immobilienblase Chinas Wachstumstreiber sein. Doch es kommt, wie immer wenn Wirtschaftspolitik allzu zentral geplant wird und freie Marktkräfte fehlen, zu Fehlallokation von Kapital. Das lässt sich im Automobilbereich in China sehen. Xpang, Nio, Leapmotor, Aura oder Way. Über 100 Autohersteller produzieren derzeit in China. Rein rechnerisch müsste die Hälfte längst aus dem Markt verschwunden sein. Doch Subventionen und billige Kredite halten sie am Leben und fachen, auch in China, einen ruinösen Preiskampf an. Der Preiskampf wird im Export vor allem in der Europäischen Union geführt. Der Markt für Elektroautos macht das deutlich. Allein im vergangenen Jahr war die Europäische Union mit rund 42 Prozent und einem Wert von rund 15 Milliarden Euro die wichtigste Exportzielregion für die stark subventionierten chinesischen E-Autos. Weil die USA den Markt für die hochsubventionierten E-Autos aus China mit Strafzöllen geschlossen hat, steigt der Exportdruck auf die EU. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Windturbinen und Windkraftanlagen. In fünf Jahren, von 2019 bis 2024, stieg der Exportanteil nach Europa von etwas über 20 auf 30 Prozent. Gleichzeitig sank der Exportanteil in die USA von etwas über 20 Prozent auf 8 Prozent. Ähnliches passiert auf allen anderen für die Energiewende zentralen Produktionsfeldern. Von Wärmetauschern bis zu Elektrolyseuren für die Produktion von grünem Wasserstoff. Die zentralwirtschaftlich überforderte Industrie sorgt gerade in China selbst für Probleme. In der Solarindustrie, die über alle Teile der Wertschöpfungskette längst von China dominiert wird, regt sich selbst in China Widerstand. Der CEO des chinesischen Solargiganten Long Green Energy, dessen Unternehmen über 20 Prozent aller Solarpaneele weltweit produziert, forderte die Regierung zuletzt auf, gegen Dumping in China vorzugehen. Es gäbe, so der Longy-Chef, keinen Gewinn in der gesamten Wertschöpfungskette mehr. Während die USA und zunehmend auch Länder Südamerikas den Markt für übersubventionierte chinesische Produkte schließen, scheint die Europäische Union derzeit die Vorteile und Nachteile der Situation abzuwägen. Immerhin, jeden Tag bringen für europäische Kunden billige, durch chinesische Steuerzahler subventionierte Green Tech-Produkte in Europa die Energiewende am Kontinent voran. Und das, wie man gerade beim Ausbau der Photovoltaik sieht. Sogar schneller als gedacht. Andererseits drohen eine Vielzahl von kritischen Zukunftsindustrien, wie einst die Solarindustrie an China verloren zu gehen. Welche geopolitische Abhängigkeit das nach sich zieht, kann man an der Halbleiterindustrie sehen. Wenn erst einmal die gesamte Wertschöpfungskette einer Industrie von den Rohstoffen bis zu den vielen verschiedenen Fertigungsschritten in einem Land konzentriert sind, hilft es wenig, wenn man kritisches Know-how für das Design von Produkten hat. Selbst wenn das Design, wie im Fall der Halbleiterindustrie, in der ein europäisches Unternehmen fast Monopol Wohlstellung hat, wirklich wichtig ist. Die Schwierigkeiten der Wiederansiedelung der Halbleiterindustrie in Europa können hier ein warnendes Beispiel sein. Das waren die Industrie-Magazin-News für diese Woche. Alle Folgen können Sie in der Mediathek auf unserer Website nachsehen unter industrie-magazin.at slash news-tv. Das Industrie-Magazin ist jetzt auch auf WhatsApp. Scannen Sie den eingeblendeten QR-Code, abonnieren Sie unseren Kanal und bekommen Sie einmal täglich die wichtigsten News aus der Industrie direkt auf Ihr Handy gepusht. Ich darf mich jetzt im Namen von Redaktion und Technik für Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017